An der Frankfurter Buchmesse beteiligten sich auch in diesem Jahr erneut mehrere Verlage der Neuen Rechten. Für Aufsehen sorgten Meldungen über den angeblichen Verkauf des Antaios-Verlages. Kurz vor der Eröffnung der Buchmesse hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einer Exklusivmeldung verkündigt, Götz Kubitschek habe seinen Verlag verkauft, wobei sein Verlag unter neuem Modus, unter neuem Namen im Loki-Verlag weiterlaufen sollte, der bisher keine Bücher veröffentlicht hat, von einem AfD-nahen Zahnarzt betrieben wird. Offensichtlich war das eine Inszenierung, um überhaupt auf der Buchmesse präsent zu sein. Dementsprechend haben sich die Rechtsradikalen dafür auch gefeiert. Mittlerweile gab der Antaios-Verlag bekannt, dass die Nachricht vom Verkauf nichts weiter als eine gezielte Falschinformation war. Der Stand des Loki-Verlages wurde genutzt, um Bücher des Antaios-Verlages zu bewerben. Ich sehe in dem Globalismus und in seinen ganzen Ablegern, die wir heute haben, eben zum Beispiel der Multikulturalismus ist auch so ein Ableger, auch so die ganzen kleinen Dämonen und Geister, die da herauskommen, also der Antirassismus und der Feminismus und der Sexismus. Das sind alles so kleine Ableger eines größeren Ganzen, eine Logie, die tatsächlich eine Art Religion ist oder eine Religion ist. Die Rechten, auch in der AfD, sprechen in letzter Zeit verhäuft von Globalisten, einem Begriff, der zum einen eine stark antisemitische Konnotierung hat, bereits im Nationalsozialismus auch verwendet wurde, um das Judentum zu bezeichnen, um die Diaspora zu bezeichnen, um die angeblich entgrenzte, entwurzelte jüdischen Strippenzieher zu bezeichnen. Also es hat sozusagen Elemente einer antisemitischen Verschwörungstheorie. Auch der angebliche Käufer des Antaios-Verlages äußerte im Gespräch Verschwörungstheorien. Sie glauben doch nicht, dass in den letzten 100 Jahren, wenn wir mal eine Periode nehmen, ein amerikanischer Präsident gebetet wurde, der nicht irgendwelche massiven Kapitalinteressen vertritt. Das sind Marionetten, die sind dahingesetzt. Von wem denn Marionetten? Ja, das muss ich gerne genau wissen, wer die Billionen im Hintergrund verschiebt und die Völker aufeinander hetzt. Aber Sie wissen es nicht. Ich denke mal, wenn ich es wüsste und es beweisen könnte, ich weiß nicht, ob ich es die nächste Woche neu erlebe. Der thüringische Landesvorsitzende der AfD, Björn Höcke, stattete der Buchmesse ebenfalls einen Besuch ab. Mehrere Verlage versuchten, Pressevertreter von ihren Veranstaltungen auszuschließen. Erst durch Intervention der Messeleitung konnte die Pressefreiheit durchgesetzt werden. Aber wie gesagt, es liegt uns keine Anmeldung vor, deswegen kann ich ihn auch nicht reinlassen. Es ist jederzeit blöd, nein, nein. Herr Strahl, Pressevertreter, Sie können selbstverständlich aus der Hand filmen und das machen Sie jetzt auch. Es ist keine geschlossene Veranstaltung hier, es ist eine öffentliche Veranstaltung und Sie gehen Ihrer Arbeit nach. Die Buchmesse ist für die sogenannte Neue Rechte, die ja so neu in Wirklichkeit nicht ist, besonders attraktiv, weil sie eine Bühne für das liefert, was sie als Metapolitik, als Kampf im vorpolitischen Raum bezeichnet. Es geht darum, eine kulturelle Hegemonie zu erlangen und Kultur findet natürlich insbesondere auch auf der Buchmesse statt. Und insbesondere die rechten Verleger wollen hier eine Bühne finden, um stellvertretend auch für gesellschaftspolitische, für metapolitische Kämpfe sich zu präsentieren. Deswegen hat das einen hohen Symbolcharakter für die Neue Rechte. Das hat es im vergangenen Jahr so schwierig und so problematisch gemacht, dass ihnen die Inszenierungen gelungen sind. In diesem Jahr zeigt sich aber, dass genau diese Metapolitik, genau diese Kulturpolitik von rechts, dieser Kulturkampf alles andere als eine große, starke Bewegung ist, sondern doch eher ein relativ kleines Spektrum von rechtsradikalen Akteuren, die durchaus in der Lage sind, subversiv zu wirken, aber insgesamt keine große Strahlkraft hier entfalten konnten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Katia Vielen Dank.